Schönen guten Morgen! Heute möchte ich euch von Helikontex etwas Neues vorstellen und zwar aus der Bushcraft Linie und zwar den Woodsman Anorak. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung mit ihm sammeln dürfen und da wollte ich euch ganz gerne teilhaben lassen. Und zwar ich habe mir ihn in Olive geholt. In Dark Olive finde ich persönlich eigentlich geht immer. Ist im Wald nicht auffällig. Mir gefällt die Farbe unheimlich gut. Ich bin eh immer recht gedeckt unterwegs und daher passt es unheimlich gut eigentlich auch zu mir. Geworben wird mit zwei unterschiedlichen Stoffarten. Einmal mit dem Dura-Canvas. Das ist im vorderen Brustbereich und an den Ärmeln auf den Schultern und auf dem Rücken mit dem Storm Stretch. Der soll weniger... Er soll im Grunde dafür sorgen, dass man quasi einen besseren Luftaustausch auf dem Rücken hat. Er soll das Schwitzen ein wenig minimieren, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist. Der Canvas Stoff im vorderen Bereich soll stabiler sein. Soll auch mal ein bisschen was an Funken abkönnen. Es ist halt ein Baumwollmischgewebe und die sind ja im Grunde immer ein bisschen resistenter. Vom Schnitt her, ich habe XL, bin 1,88 groß und wieg 95 Kilo. Ich hätte wahrscheinlich auch L nehmen können. Dann wären wahrscheinlich die Ärmel auch ein Ticken kürzer gewesen. Ich persönlich mag es aber lieber die Ärmel ein wenig länger, weil wenn man dann auch mit den Armen vorne oder irgendwas macht, sind immer noch die Handgelenke bedeckt und das mag ich persönlich sehr. Und dadurch, dass ich halt auch draußen immer eine Uhr trage, bleibe ich im Grunde auch mit dem Ärmel nicht an der Uhr hängen. Mag ich, finde ich gut. Ist reine Geschmackssache. Natürlich ist sie dann auch nicht mehr irgendwie körperbetont oder sowas, sondern man hat halt einfach gut Platz sich zu bewegen. So, an den Bündchen haben wir Klettverschlüsse. Sind stufenlos einstellbar. Finde ich total gut. Mag ich. Finde ich angenehmer als Druckknöpfe, die man quasi nur in zwei Positionen oder wenn es drei sind, halt in drei Positionen bringen kann und nicht stufenlos verstellen. Wir haben im Bauchbereich haben wir eine Kängurutasche. Die ist auch recht groß mit einer Leiste abgedeckt. Da drunter zwei Reißverschlüsse und schaut mal rein, mal gucken, ob man was sieht. Man hat ein paar Einschübe für alles Mögliche. Das ganze linke Fach ist so groß, dass da auch mein Pixel 3 reinpasst. Hier noch einen kleinen D-Ring für den Haustürschlüssel, für was auch immer. Die Tasche ist recht groß. Wenn man sich die natürlich voll knallt, hat man nach einer kurzen Zeit das Gefühl, könnte auch Umstandsmode sein. Also würde ich da nichts reinpacken, was irgendwie so mega aufträgt. Natürlich, wenn ich irgendwo im Camp unterwegs bin, kann ich da auch mal mein Halstuch rein und dann ist es eh egal. Aber ist halt eine, sage ich mal, Tasche im Bauchbereich. Finde ich super praktisch. Ich schmeiße da immer Taschentuch rein oder Taschentücher rein. Wie gesagt, mein Pixel findet da Platz. Mag ich, finde ich gut. Die Reißverschlüsse, wie gesagt, YKK, die können was. Das sind übrigens auch an den Seiten. Auch da und hier in dem Bereich sind es auch alles YKK Reißverschlüsse. Zeugt von Qualität, kann man nicht anders sagen. Hinter der aufgesetzten Bauchtasche hat man noch zwei Reißverschlüsse, womit man quasi Zugriff auf die, ja ich sag mal Bauchtasche oder den hinteren Bereich der Bauchtasche hat. Die Tasche an sich ist geschlossen, aber wie ein Muff. Ich würde mal behaupten, es ist wie ein Muff. Wenn also die Hände mal kalt sein sollten oder man nicht weiß wohin damit, kann man sie quasi da drin parken. Habe ich ehrlich gesagt bis jetzt seltener genutzt, als ich gedacht habe. In der Regel mache ich die Reißverschlüsse eigentlich immer nur auf und zu, um noch mal zusätzlich zu belüften. So, was kann man noch sagen. Das, was ich eigentlich total cool finde, habe ich seltener genutzt, als gedacht. Und zwar kann man die Woodsman, hier unten gibt es einen Druckknopf, damit quasi blockiert man den Reißverschluss. Diesen Reißverschluss kann man bis in die Achsel öffnen, um halt eine zusätzliche Belüftung zu gewährleisten. Das hat man auf beiden Seiten. Auch da wieder bis zur Achsel. Es ist ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Sprich, man kann nicht nur von unten nach oben öffnen, sondern man könnte auch im Grunde die Achselpartie freilegen, um dann auch da noch mal zusätzlich belüften zu können. Habe ich ehrlich gesagt bis jetzt relativ selten genutzt, weil erstens hat es das Wetter nicht zugelassen und zweitens, sie ist nicht warm. Also es ist im Grunde, ein Anorak soll ja eigentlich eine Wind-dichte Jacke sein mit einer Kapuze. Also das sagt zumindest Google dazu. Das heißt, von der Jacke selber geht relativ wenig Wärme aus. Dadurch, dass wir jetzt Sommer haben, einen sehr bescheidenen Sommer, habe ich nie wirklich Wärme empfunden. Auch als ich jetzt im Siebengebirge war, da habe ich sie das erste Mal wirklich auch ein bisschen intensiver getragen als nur zu Hause, auf der Straße und beim Einkauf. Und da, Siebengebirge geht berghoch, bergrunter. Geschwitzt habe ich natürlich, da haben aber im Grunde die Reißverschlüsse auch wenig gerettet. Auch im Rückenbereich, der Storm Stretch ist ein bisschen gummiartiger dieser Stoff, aber gummiartig ist falsch. Er ist, er fühlt sich mehr als ein Kunstgewebe an. Ist auch ein bisschen, hat auch eine gewisse Elastizität, soll dazu führen, dass man auf dem Rücken weniger schwitzt. Also für den Wärmeaustausch. Wenn ich einen Rucksack auf dem Rücken habe, ab einer gewissen Entfernung, ab einer gewissen Anstrengung, ab einem gewissen Gewicht, der schwitzt sich auf dem Rücken. Ob das jetzt unter einer anderen Jacke anders gewesen wäre, ich habe keinen signifikanten Unterschied gespürt. Und daher, was ich wohlgemerkt habe, ist, wenn denn dann der Wind mal kam und er kam von vorne, da hat man schon auch einen gewissen Windstopp-Effekt. Also da zieht nicht viel durch. Okay, mal hier so ein Reißverschluss, egal. Wenn der Wind aber von hinten kam und man den Rucksack quasi gerade erst abgestellt hatte, das wird kalt. Also das muss man wirklich sagen. Da weiß ich nicht, ob ich das als Vorteil jetzt erachte. Der Vorteil, dass die Belüftung besser sein soll, habe ich bis jetzt noch nicht erkannt. Dass es am Rücken aber kalt wird, schon. Und daher habe ich im Grunde auch selten wirklich diese Reißverschlüsse genutzt, um irgendwie nochmal zusätzlich zu lüften. Das einzige, wofür ich eigentlich diese Reißverschlüsse, zumindest bis jetzt, ich habe sie, ich glaube, sechs Wochen. Das einzige, wofür ich sie wirklich benutze, und zwar den einen, ich mache beide Reißverschlüsse auf, also den vorderen und den an der Seite, um die Jacke auszuziehen. Weil, wenn man die Reißverschlüsse zu hat, ist es schon ein ordentliches Gefummel. Und deswegen eine Seite auf. Dann hat man nämlich auch den Vorteil, dass, wenn man sich ansieht, sieht man einfach an der einen Seite, Reißverschluss zu. Fertig. Weil ansonsten hat man nämlich ganz häufig diesen Stormstretch-Stoff, der ja nun sehr, ich sage mal, der ist schon elastisch und ist halt von der Struktur her sehr, sehr weich, hat man den immer im oberen Bereich des Rückens hängen und pummelt sich dann da einen Ast. Das ist für mich jetzt die, wirklich der gute Effekt für diesen seitlichen Reißverschluss. Das mag sich vielleicht im Laufe der Zeit auch noch ändern. Sollte sich das für mich ändern, würde ich natürlich dazu auch ein Update bringen. Ganz klar. Momentan, auch bei der Wetterlage sehe ich den Vorteil noch nicht. Was ich allerdings auch sehr schön finde, das ist, man hat hier oben einen, ich glaube, die Dinger heißen ein Drittel Reißverschluss. Sprich, der geht quasi bis auf Höhe der Brust. Den kann man auf und natürlich zumachen. Geht schön übers Kinn, hat hier vorne auch eine, ja ich sage mal, so eine Art Klemmschutz, dass man da nicht immer mit dem Kinn an dem Reißverschluss rumrubbelt. Mag ich, finde ich gut, gefällt mir. Man kann natürlich auch hier die Kapuze, kann man einstellen, wie man will. Man hat Kordelzüge, einen Kordelstopper. Man hat, wenn man die Kapuze aufsetzt, hier oben nochmal ein Klett. Man kann sie weiter nach hinten ziehen, man kann sie weiter nach vorne machen. Also man kann sie wirklich sehr gut einstellen. Ich habe sie jetzt im Grunde gar nicht eingestellt. Und wenn ich jetzt nach links, nach rechts gucke, also selbst da geht ja schon die Bewegung der Kapuze ein wenig mit. Kann man nichts anderes zu sagen. Ist gut, haben sie gut umgesetzt, kann was. Was ein bisschen doof ist, hier die Kapuze hat einen Schirm und dieser Schirm, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Talent, ich habe diesen Schirm eigentlich ganz häufig im Nacken. Gerade wenn man jetzt den Reißverschluss ein bisschen zuzieht. Irgendwie. Und da ich jetzt ja persönlich auch nicht der Fan von Kapuzen bin. Okay, kann man so machen. Gibt es bestimmt auch ganz viele Leute, die das gut finden oder die das Problem einfach nicht haben. Auch das ist ja möglich. Vielleicht bin ich da so ein bisschen Unikum. Nicht schlimm. Soll aber auch im Grunde ein winzig kleiner Kritikpunkt sein, wenn man mal das Verhältnis zwischen Preis und Leistung sieht. Wie gesagt, es ist alles immer ein kleines bisschen Kritik auf einem recht hohen Niveau. Das einzige, wo ich, ja was ich schon ein bisschen schade finde und was ich auch euch als Tipp mitgeben kann. Obwohl Oliv eine richtig coole Farbe ist. Das habe ich bis jetzt auch ehrlich gesagt nur bei diesem Anorak gehabt. Und zwar hat sich beim Tragen meines Rucksackes mit dem Hüftgurt. Ich weiß nicht, ob es durchkommt. Es hat sich hier so ein bisschen aufgeraut. Da gab es anscheinend irgendeine Druckstelle von der Koppel zum Gürtel oder zur Hose. Und da hat sich sehr, sehr schnell halt das Oliv verabschiedet. Ja, ist jetzt halt Just Look. Natürlich ist es ein Gebrauchsgegenstand. Natürlich werden die Sachen irgendwie leiden. Aber es ist eine sechs Wochen alte Jacke. Einmal mit einem Hüftgurt unterwegs gewesen und schon hat sich da eine Druckstelle gezeigt. Mag Zufall sein. Ich habe, wie gesagt, ich bin mit Rucksäcken ja schon häufig unterwegs gewesen. Habe auch mit dem Hüftgurt gearbeitet. Auch da war der Rucksack jetzt nicht schwerer als auf sonstigen Touren. Und ja, sofort gab es Druckstellen. Ist vielleicht reiner Zufall. Man weiß es nicht. Momentan stürzt mich noch. Ich ziehe sie ja trotzdem noch an. Ich überlege mir was, ob man das vielleicht noch mal irgendwie einfärben kann oder ob ich einfach sage, ach ist egal. Ist für einen Wald. Da werden noch bestimmt andere Löcher zukommen. Und daher übersehe ich das auch. Man hat, fällt mir gerade ein, im unteren Bereich der Jacke hat man noch mal die Möglichkeit, über Kordelzüge die Jacke unten dicht zu machen. Im Grunde könnte man sie auch eigentlich einschlagen. Dann ist sie noch ein bisschen windabweisender. Also zumindest vorne. Mit dem Storm Stretch. Ich weiß noch nicht, ob ich damit warm werde. Nichtsdestotrotz, ich habe für die Jacke, ich glaube 79 Euro bezahlt. Finde ich, ist ein angemessener Preis. Das einzige, wie gesagt, was ich wirklich bemängel ist, einmal und schon direkt, hm, hat das Gewebe gelitten. Also so richtig abriebfest ist er nicht. Man merkt auch an der Dicke des Stoffs, er ist halt recht dünn. Natürlich ist die Jacke dadurch sehr leicht. Das heißt, wenn man sie auch mal im Rucksack packt oder in den Rucksack packt und es fällt nicht auf. Man trägt sie und sie fällt einfach nicht auf. Eine Kaufempfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, guckt euch die Jacke an. Anziehen, anfassen. Ich mag sie sehr. Kleinere Abstriche muss man, glaube ich, bei diesem Preis einfach machen. Ich mag die Bushcraft-Linie von Helikontext. Ich habe von denen noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, guckt euch die Jacke ruhig mal an. Meine bedingte Empfehlung hat sie, aber es ist auch eine reine Geschmackssache. Jetzt ist es gerade so ein bisschen windig geworden und schon merke ich, obwohl ich keinen Rucksack oder ähnliches lange geschleppt habe. Es ist halt kühl. Es ist am Rücken wirklich kühler als im Brustbereich. Noch kleiner Hinweis. Regendicht kriegt man sie nicht. Ich bin damit zweimal in den Regen gekommen und es war jetzt kein Sintflutartiger Regen. Es war ein bisschen Regen. Erst perlte das Ganze schön ab, wie man es halt von, ich sag mal, Baumwollstoff, der so eine gewisse Imprägnierung hat. Perlte ab und es dauerte gefühlt keinen Augenblick später war die Flüssigkeit auch schon auf der Haut. Ich trage jetzt nur ein T-Shirt darunter. Aber das war dann schon echt extrem. Also so schnell habe ich das persönlich noch nie erlebt. Ich habe jetzt die Front gewachst, um zumindest vorne und am Schulterbereich und die Arme so ein bisschen noch zu schützen, weil das ist der Vorteil von Baumwollmischgewebe. Man kann es halt wachsen. Der Rückenstormstretch kann man nicht wachsen. Da wird es auf jeden Fall nass. Aber es soll ja auch eigentlich nur eine Jacke sein, die den Wind so ein bisschen abhält. Sag ich jetzt mal nichts zu. Ich hoffe, euch hat das Video ein kleines bisschen Spaß gemacht. Meine Meinung. Mehr ist es natürlich nicht. In diesem Sinne, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Einen schönen Tag noch. Ciao.